Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Iron Man Challenge. Alter, es ist so warm wieder, ne? Ich habe eigentlich gehofft, ich bin durch mit dem Pumpen der Klimaanlage für dieses Jahr, aber irgendwie bleibt Sommer ein bisschen länger, ne? Oder wie meine Tante im WhatsApp-Status sagen würde, früher war es auch schon heiß. Boy, wir machen weiter mit den Fledermäusen und mit den Spinnen und schauen mal, wie das Ganze vorangeht, denn wir haben gelernt, die Droprate, die ist alles andere als schön. Und beim Iron Man ist das ganz gut, bei Quests, wo man eben sauber vorankommt, aber insgesamt natürlich dennoch fucking ätzend, man. Wo hatten wir denn noch so ganz, ganz ultra-reudige Dropraten? Also in Classic und TBC natürlich bei den unterschiedlichsten Quests, ich erinnere mich zum Beispiel, hatten wir auch im Let's Play und ich brauchte, glaube ich, drei Parts, ah, 20 Minuten aufwärts für eine Quest. Das waren diese Pilzproben in den Zangamarschen, die von Ogan droppen konnten. Junge, aber die konnten gar nicht wirklich von Ogan droppen, glaube ich. Das war total random und willkürlich und ich bin immer noch traurig, wenn ich daran denke. Ansonsten hatten wir auch tolle Quests an der Dunkelküste und im Teufelswald, wo man den unterschiedlichsten Bums sammeln musste, häufig auch in Verbindung mit ekelhaften Höhlen oder irgendwelchen Fuhrbeuge-Lagern, wo sie noch rumpatrouillierten. Und das war immer schlimm, aber so richtig räudige Dropraten, man, haben wir zumindest auch im modernen WoW nicht mehr, oder? Also in den neueren Versionen. Oh, Leute, in meinem Kopf sind gerade wirklich sämtliche Gebiete durchgerattert. Ich habe ja viel gelevelt, schon immer gern gelevelt. Ja, habe jetzt auch, dank dem Level-Buff neulich, meinen 30. 60er hochgezogen. Das klingt für den einen oder anderen wieder viel. Mittlerweile hat sich Leveln aber auch verändert. Ich bin nicht mal mehr ganz oben. Ich habe zum einen nachgelassen in Shadowlands, was das Leveln angeht. Und zum anderen, ja, sind einige viel krasser, oder haben irgendwie mehrere Account-Lizenzen und da dann alles voll mit 60ern. Von daher bin ich ganz froh, dass ich so ein Stück weit an meine alten Level-Suchti-Erfolge anknüpfen konnte. Aber auch wenn ich so meine Charlisten-Videos mache, ja, früher, Richtung Wodka, Kata, MOP und so, da wurde dann auch häufig kommentiert, scheiß Hartz-IV-Empfänger, ja. Aber heute zum einen, Überraschung, WoW-Creator spielen viel WoW. Ich denke, deswegen haben diese Kommentare zum einen abgenommen und zum anderen, ja, ist Leveln eben nicht mehr so ein Riesending, nicht mehr so der Mega-Aufwand. Ja, jeder kann jetzt leveln. Man kann natürlich fragen, wie werde ich noch ein bisschen schneller? Ja, dass man hier die ein oder andere Stunde dann noch spart. Aber du brauchst ja nicht mehr Wochen, um irgendwie auf Maximalstufe zu kommen. Alles ist irgendwie lukrativ. Jeder Scheiß kann sich lohnen. Und das klingt gerade ein bisschen negativ behaftet, ne. Und das ist es in meinem Fall, weil ich eben so eine ganz persönliche Komponente auch mit dem längeren Leveln verbinde und natürlich eine gewisse Nostalgie kickt, ne. Die ich dann auch schlecht rausdestillieren, was? Rausdestillieren kann. Oder was auch immer das für ein Wort werden sollte. Und dennoch finde ich es aber ganz nice, wie sich Leveln so entwickelt hat, ja. An sich macht es mir immer noch Freude. Wir hatten die weirdesten Geschichten auch beim Leveln über Zeitwanderung. Jetzt, wir haben ja ganz viele Chars auf 50 stehen gehabt. Natürlich das Ergebnis der Level-Sucht aus dem letzten Add-on, ne. Und konnten jetzt schön abends auf entspannt gemeinsam durchziehen. Mit meiner Freundin, mit ein paar Kumpels, mit ein paar Guildies. Ab und zu hat man immer noch einen aus der Community getroffen in den Dungeons, ne. So die Hardcore-Zuschauer, die dann auch den x-ten Twing vom Namen her kennen. Ja, der ist immer ganz witzig dann zu beobachten. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, dass das recht erfolgreich war. Und aufgrund dieser Level-Sucht, ja, aufgrund dieser vielen, vielen Levelei, kann ich eben diese Gebiete so durchrattern lassen. Das verblasst natürlich auch mit der Zeit. Aber insgesamt, ja, habe ich da einiges erlebt, was das angeht. Ey, wie auch ein Drop von Spinnensekret. Ich kack mich voll. Auf jeden Fall erinnere ich mich sehr, sehr gut an eine wunderbare Quest aus dem Startgebiet der Todesritter. Die hat zwar nur bedingt was mit direkten Drops zu tun, aber viele von euch sind direkt instinktiv zusammengezuckt, oder? Denn wir haben dort eine Quest, wo wir versuchen, Informationen aus den Bürgern rauszukitzeln. Ja, mit glühenden Folterinstrumenten. Das war an sich eine sehr, sehr coole Idee. Ja, man muss quasi seine Waffen ablegen und legt stattdessen zwei glühende Brandeisen an. Ja, womit der Schmied dann, was weiß ich, die Kohlen wendet oder ein Hufeisen aus dem Feuer fischt oder so ein Shit. Und damit schlägt man dann recht zügig, weil zwei Einhandwaffen, ja, auf diverse Bürger ein in dieser Stadt, die man da überfällt. Und die können dann, wenn man Glück hat, Informationen auspacken und sabbeln dann quasi die ganze Zeit irgendeinen Bums. Und da gibt es Fälle, wo man zwei umhaut und man hat diese Informationen. Dann gibt es Fälle, wo du für immer in diesem Gebiet gefangen bist. No joke. Das kann so endlos lang dauern. Holy fuck. Und je nach Scaling war es dann manchmal sogar so, dass du aufgrund deiner fehlenden Waffen recht wenig Schaden gedrückt hast. Was an sich in Ordnung war, weil du hattest mehrmals an einem lebenden Gegner die Chance, dieses Event zu triggern, dass der quasi auspackt und die Geheimnisse teilt. Aber du hast es auch in die Schnauze bekommen. Je nachdem, wen du bekämpft hast oder in welche Patrouille du reingerannt bist und so weiter. Da gab es ja immer noch so ein paar Kampfwillige auch in der Zone, ne. Und dann hattest du irgendwann vielleicht nicht mal mehr was zu essen. Gut, an so einen schlimmen Fall erinnere ich mich selber nicht. Aber wir wissen, nur weil es einem selber nicht passiert ist, muss man es kategorisch nicht zwangsweise ausschließen, ne. Die Welt ist groß, Freunde. So ist sie gleichermaßen hin und wieder ein Dorf, aber an sich ist sie erst mal groß. Ja, und dann gab es noch so Fälle wie, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile gehotfixed wurde. Ich war sehr lange nicht mehr im Todesritter-Startgebiet, zumindest nicht im klassischen. Und da gab es dann auch Fälle wie, du hast endlich, ja, dieses Event getriggert. Spielen wir es mal durch. Du haust einen Gegner mit Auto-Attacks und vielleicht dem Dot von der eisigen Berührung auf 70%. So, das Progg zum ersten Mal, der sagt, äh, Geist, wir abschauen. Ich werde euch niemals dienen. So ein bisschen Bolver-Cosplay auch aus der Heißkron-Zitadelle. Ja, niemals, Junge, let's go. Und dann haust du weiter drauf. Und haust, und haust, und haust, ja. Und dann proggt es nochmal bei 45%. So, und der sagt wieder, nein, ihr Drecksau, ihr habt meine Familie getötet, euch sage ich gar nichts. Und dann haust du weiter, und haust, und haust, und dann bei 15%. Oder sagen wir 9, 8, 7, in diesem Dreh proggt das nochmal. Dann triggert das richtige Event. Er will auspacken. Und dann tickt dein Dot noch. Oder du kritist noch mit so einem Hit, kurz bevor der in dieser Phase ist. Und der verreckt einfach. Zieht den Dialog nicht ganz durch. Das waren, glaube ich, mehrere Sprechblasen, die da dann kommen konnten. Und für den Questabschluss auch kommen mussten. Ja, und dann ist er verreckt. Und dann konntest du noch einen suchen. Und dann rattert es natürlich bei so einem WoW-Spieler erst richtig im Hinterkopf. Von wegen, hm. Habe ich jetzt die Quest vielleicht sogar verbuggt? Hänge ich jetzt irgendwo zwischen getriggert und nicht getriggert? Ja, zwischen Himmel und Hölle. Was ist hier jetzt genau los? Ich weiß es nicht. Bitte helfen Sie mir. Aber keiner kann dir helfen. Und dann zu sagen, okay, ich breche diese Quest ab. Gehe zurück in das Haus und nehme die nochmal neu an. Junge, das sind so utopische Schmerzen, wenn du schon 20 Minuten dabei warst, diese Information zu holen. Oh mein Gott. Also diese Quest ist auch ganz weit oben auf meiner ultimativen Abschussliste. Letztens auch sehr, sehr schön. Hat, ich glaube, die gute Mone im Stream gelevelt. Und zwar in Retail in Shadowlands. Eine Nachtelfe. Und kam dann zu einer unserer Lieblingsquests, nämlich Relikte des Erwachens, wo vor allem Classic-Spieler sagen, Bruder, das war der Moment, wo ich Classic wieder deinstalliert habe. Und das liegt einfach daran, dass man in eine super verwinkelte, riesengroße Höhle rein muss. Auch die erste ihrer Art in diesem Fall. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie mein Vater da rein ist. Als Hunter-Newbie. Und ich auch als Hunter-Newbie. Nebenbei zugeguckt, ne. Kaum noch Pfeile. Und dann durch so eine Vorbeug-Höhle kämpfen, um irgendwelche Relikte zu finden. Und in Retail ist es mittlerweile so, dass du bei diversen Quests und in diversen Startgebieten ja NPCs bekommst, die dich an die Hand nehmen, ne. Im untoten Startgebiet bekommst du so einen netten Dude, so eine Todeswache Auszubildende oder was. Ein Kerl, keine Ahnung. Und der hilft dir dann. Oder im Toll-Startgebiet dann mit so einem ganz aufgeweckten Kollegen, der immer mal spawnt und sagt, hey, wir müssen jetzt hier lagen oder hinten ist die Höhle. Und auch im Nachtelfen-Startgebiet bekommst du eine junge Schildwache an deine Seite gestellt, die dich dann dort durcheskortiert und dir quasi zeigen kann, wo diese Relikte sind. Und das freut mich einfach. Holy Shit. Ja, klar, ich weiß, die unveränderte Klassikerfahrung und so. Und holy shit. Und rückblickend sind es auf sehr weirder Art und Weise häufig die schönsten Erinnerungen an diese Nachmittage, wo man nicht straight gelevelt hat, sich nicht straight auf ein Raid vorbereitet hat, ja, und abgekotzt hat, weil beim Endboss in den Schwarzfeldstiefen doch nicht das richtige Item gedroppt ist. Obwohl man drei Stunden Leute gesucht hat und vier Stunden durchgestorben ist. Aber in diesem Moment war es einfach Pain. Holy shit. Und das, was über die Jahre zu schönen Erinnerungen für viele von uns wurde, war für viele vermutlich auch ein Moment, um zu sagen, halt, stopp, ich deinstalliere den Scheiß wieder. Das geht so nicht. Ich spiele eine andere Rasse oder was auch immer. Ja, da ist ja auch jeder anders. Und darum finde ich es okay. Bei solchen Quests, bei solchen Randführungen auch bemessen an der Größe der Welt. WoW ist ja nicht kleiner geworden, Mann. Heilige Scheiße. Guckt euch die ganzen verschiedenen Höhlenmodelle an. Mit Dragonflight kommen noch neue dazu von diesen Draconiden und so weiter. Wenn man dann als erfahrener Spieler denkt, ah, ja, ja, das ist hier so ein Kobold-Hort und das ist so eine Nachtelfenhöhle und da hinten ist dann wieder so eine Trollhöhle wie im Zwergenstaatgebiet, ne, kenne ich mich so ein bisschen aus mit der Architektur. Easy going. Ich weiß, wo der Scheiß liegt. Ich weiß, wo die Brücken sind und sonst was für ein Kack, ne. Ja, kommt wieder neuer Bums. Und da sage ich, okay, man darf bei all diesen Beurteilungen, ne, bevor man wieder schreit, äh, in Retail kriegt man alles geschenkt und so, darf man nicht vergessen, was sich da mittlerweile alles verändert hat, Mann. Ganz abgesehen von dem Ausmaß des Endgames, gerade in den vorherigen Addons, ja, mit irgendwelchen geliehenen Kräften, Herz von Azeroth, Anima, Powerpakten und Co. Egal, in welches Addon man jetzt schaut, ne. Und dann natürlich auch die, die Länge des Weges und die Größe der Auswahl der Karte, ne. Da kommst du gerade drauf klar, auf dein Eisklamm-Tal und Dunmorrok und auf einmal bist du schon in Tanachis, ne, und denkst dir, jo, was denn jetzt passiert hier irgendwie? Beach-Volleyball-Anime-Urlaufsfolge oder was ist jetzt schon wieder passiert, ne? Ach du Scheiße, also das sollte man sich, denke ich, auch immer vor Augen halten, ne. Ansonsten kann es sehr, sehr schnell passieren, dass man sehr, sehr weird abdriftet. Und das ist ein sehr schöner Übergang, Freunde. Habe ich nämlich neulich im Stream besprochen. Stream ist momentan auch so krank, Alter. Seht ihr, so krank, dass ich nicht mal das eine Thema richtig zu Ende bringen konnte. Ich muss heute immer reingrätschen, ne. Meine eigenen Themenflows interrupten, Junge. Let's fucking go. Schon mal Warm-Up für die neue Season. Werden wir auch im Stream versuchen. Fated Natria NHC. Bin sehr gespannt, weil wir machen ja eigentlich super selten was Aktuelles, ne. Aber jetzt dachte ich mir, komm, wir trauen uns mal, ne. Wenn schon der LFR nicht geht für das Kätzchen. Vielleicht können wir so ein bisschen, ja, zwar nicht die Leute durchziehen, weil dafür ist unser Gear jetzt auch zu schlecht, weil wir nicht aktiv wieder HC raiden oder M-Plus ballern, ne. Da sind wir jetzt ja nicht überequipped oder so. Aber vielleicht können wir trotzdem mit der Community, weil bei vielen scheitert es ja nicht unbedingt an Gear, sondern eher an Erfahrung, eine Random-Gruppe zu finden, weil alle dann natürlich hier wunderbar die entsprechenden Erfolge verlinkt haben wollen und so. Und auch so ein bisschen Angst, ne. Der klassische WoW-Spieler im Stereotyp ist halt introvertiert. Und auch wenn wir wissen, Stereotypen sind an sich eine gefährliche Sache, na ja, dann ist ja trotzdem immer so ein bisschen was dran, ne. Und dann hast du vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht mit so Random-Gruppen und, und, und. Und da kann ich noch tausendmal sagen, Bro, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Eigentlich sind die Leute lieb und nett. Naja, wenn deine eigene Erfahrung dich anderes gelehrt hat, dann kann ich noch so schön das Blaue vom Himmel reden, ne. Da wirst du keinen Bock mehr drauf haben. Und all das hat mich sagen lassen, okay, Freunde, wir probieren das mal. Wir pausieren unseren Abendstream. Wir machen eine kleine Pause bei Diablo 3, was wir momentan wieder spielen für die Story und checken eben den anderen Bums mal aus, ne. Und ich bin sehr, sehr gespannt und werde dann im Iron Man berichten. Mal sehen, ob auf sehr traumatische Art und Weise oder eher nicht. Steckt er da in der, in der Säule fest? Kannst du dich nicht eingraben und woanders hingehen? Oh ne, wenn ich jetzt wen anders feierte, dann kommt er bestimmt hier rausgebackt und steht direkt neben mir, Junge. Das kann ich ja leiden bei Spinnen solcher Animationen. Come on, euer Ernest. Ich bitte euch, Freunde. Ey, Mann, auf jeden Fall dachte ich, die Zeit bis Dragonflight wird ultra lame, ja. So alle Klickzahlen brechen ein, die Leute machen Pause, die Leute liegen draußen in der Sonne und machen Urlaub auf Balkonien, haben vielleicht mal das Handy an oder ein Laptop, gucken nebenbei mit rein und so, ja. Und das ist immer eine gefährliche Zeit für uns Creator, so. Wenn in den Main Games nicht viel los ist und das Sommerloch hittet. Aber holy fuck, es ist nichts davon eingetreten. Für viele eingesessene Nerds war es zu warm draußen, einfach niemand rausgegangen. In vielen Streams hatten wir erstmal die erste halbe Stunde, wo viel gequatscht wird, so auch aus dem Alltag, ne, wo man reinkommt, ey, heute war Kacke im Büro oder bin schon wieder krank oder ey, Kind ist wieder gesund oder so, ey, dieser Alltagstag, diese Blubbelei. Da war eigentlich nur, es ist warm, ich schmelze Hilfe, Dachgeschoss, Panik, ja. Dann hat es ab und zu einen, der so ähnlich reinkam wie am Anfang, der WhatsApp-Status meiner Tante. Auf den wurde dann instant der gesamte Sommerhass der Hitze kanalisiert, ja. Der wurde einfach aufgefressen, keine Ahnung, was da passiert ist. Und das war so der Anfang. Dann haben sich alle ausgekotzt und dann war wieder cool. Und dann gehen wir momentan in Nialotha für T-Mog und da passieren auch mystische Dinge, Junge. Ich weiß nicht, was Nialotha an sich hat, Leute, die 10, dann haben wir keinen Hexer, dann müssen Leute rankommen, dann kann der Eingang für Nialotha ja wechseln, dann kommen die Leute ran, stehen beim falschen Eingang, wir warten noch länger. Und, Junge, ich weiß auch nicht, momentan ultimativ mystisch, also diese eine Seite, ja, mit vielen mystischen Begebenheiten. Und zum anderen dann aber die Seite nichts mit Flaute, Mann. Klicks explodieren auf den Videos, also verhältnismäßig gesehen. Nicht jeder interessiert sich jetzt für die Furoortalente und so und Bums, das ist klar, ja. Sondern nur für den Hexer, der noch gar nicht drin ist in der Alpha. So sad jetzt für alle Hexer. Und auf der anderen Seite haben wir eben so viel in WoW aktuell, Junge. Votica, Beta, Shadowlands Season 4. Dann haben wir fucking Dragonflight Alpha. Und, Junge, ich komme eigentlich gar nicht mit, ja. Und es ist so geil und es fühlt sich auch so gut an. Also, ich hoffe auch ihr, egal ob ihr euch das spoilern lasst oder nicht, habt so ein bisschen was von dieser Hypewave mitgenommen bei Vorfreude. Ist, denke ich, zumindest in einem gesunden Ausmaß, ja, immer noch die schönste Freude. Und lenkt auch wunderbar davon ab, wie oft ich jetzt Zorn wirken muss, um so eine Fledermaus zu töten, die dann wieder nichts droppt, oder? Du räudiger Bastard, Alter. Oh Gott, das wird die Ogre Quest 2.0. Ich hätte sie am Anfang nicht anschneiden sollen. Naja, immerhin gibt es ein bisschen EP. Okay, der Level-Buff ist ja in Shadowlands leider schon wieder weg. Den habe ich in TBC gut genutzt. Ich glaube, ich werde in TBC, ich weiß nicht, ob ich es im YouTube-Rhythmus mit den Uploads schaffe, aber im Rahmen der Aufnahmen und Vorproduktion schaffe ich tatsächlich Maximalstufe, bevor Votica hittet. Das wäre so ein bisschen der Dream. Deswegen habe ich in letzter Zeit auch sehr, sehr viel in TBC reingebuttert. Und das halt lustigerweise zur Folge, dass die Iron-Man-Folgen sehr aktuell kommen. Die nehme ich gerade auf am 4.8. Und die muss ich jetzt so ein bisschen zwischenschieben, weil ich sonst eigentlich im Wechsel aufgenommen habe, ne? Und dadurch hätte ich jetzt bestimmt noch drei Iron-Man-Folgen auf der hohen Kante. Habe ich aber nicht, weil alles in TBC geht. So, in TBC ist jetzt vorproduziert bis Hebron nächsten Jahres, so nach dem Motto. Ja, und dafür sind dazwischen aber die Lücken. Es kommt ja nur alle drei Tage. Darum muss ich jetzt immer gucken. Hm, was machen wir eigentlich? Oh, du müsstest mal wieder, ne? Wahnsinn. Und das ist dann auch so ein bisschen beflügelt, weil gerade noch in der Alpha was gecheckt und Bug reportet. Dann hier Iron-Man-Challenge, TBC-Buff und dann ist wieder Vodka im Stream. Und dann wollen wir was Neues ausprobieren, auch zu einer sehr mystischen Zeit. Und, ah, Junge, ja, alles mystisch. Dabei bleibe ich jetzt. Das habe ich sowieso gerade in jedem Satz fünfmal gesagt, oder? Das ist so ein bisschen das Motto an dieser Stelle. Mann, die droppen nix. Ich kacke mich voll. Warum mache ich so eine Drecksquest, Alter? Aber das ziehen wir jetzt durch. Ich komme, fuck it. Fuck it. Es gibt spannenderes Gameplay. Sagt ihr? Nein. Ihr habt keine Ahnung von WoW. Direkt Flame. Ja, ich spiele sehr classic und so. Ihr habt keine Ahnung vom wahren WoW-Lul. Wie es so ist, Mann. Ja, und das ist auf jeden Fall super sick. Und ich bin sehr gespannt, wie wir uns eben schlagen werden. Auch in diesen neueren Bereichen, in diesen neuen Season-Geschichten. Ja, weil das Problem ist, du wirst immer jemanden haben, der meckert so. Du hast generell erstmal zwei große Gruppen. Die teilen sich erstmal auf in, äh, du machst das nicht im Stream, mecker, mecker, mecker. Und in, äh, du machst das einfach im Stream, mecker, mecker, mecker. So, und dann kannst du es immer nur falsch machen. Ja, wir haben mittlerweile, und das finde ich erstmal super, eine Größe in der Community, wo wirklich so, so viele Gedanken und verschiedene Leute vertreten sind. Du kannst es nicht mehr allen recht machen. Ja, ganz am Anfang, wo ich so 100 Abos hatte und 10 aktive Zuschauer, da waren das halt ultimative Alpha-Nerds. So, da hast du gesagt, wir springen jetzt, und alle sagten, geil, springen. Ja, aber mittlerweile, und ich glaube, das ist insgesamt auch gesünder, um sich da selber nicht zu verlieren, haben wir Pro und Contra, wir haben dieses und jenes. Ja, und das ist relativ interessant und hilft mir auch häufig, meinen Blickwinkel so ein bisschen zu erweitern. In vielen Bereichen von WoW, aber auch des Lebens allgemein. Und das weiß ich eigentlich sehr zu schätzen, wenn es mal wieder zu kunterbunten und feuchtfröhlichen Austauschmomenten kommt, ja. Ja, und das macht es aber hier und da auch schwerer als Creator, ja. So, wie mache ich das jetzt mit Voranmeldungen? Kann ich meinen Moderator einladen, auch wenn er nicht den höchsten GS hat? Und sind die Leute fein damit, weil sie sonst seine Arbeit wertschätzen und sagen, jo, okay, nehm dir mit, kein Problem. Oder sind sie dann todes-mad, weil ihr Platz dafür draufgegangen ist, ja. Ist es okay, wenn ich eine Handvoll Main Raider aus der Gilde mitnehme, weil ich mir einbilde, dass die den Raid schon mal ein bisschen leichter machen, zumindest auch für mich, weil man mit denen natürlich eingespielt ist, ja. Oder sagen die Leute, öh, jetzt wird man da wieder in der Gilde bevorzugt. Sollte ich das vielleicht generell so machen, um mehr Werbung für die Gilde zu machen, ja. Und sollte ich mich da an anderen orientieren, die sagen, jo, das ist nur für Abonnenten, wenn du also reinpayst, ne. Ein Abo auf Twitch ist ja mit finanziellen Hintergründen verbunden, ganz im Gegensatz zu einem Abo auf YouTube, ne. Da kann man auch wieder differenzieren. Und da denke ich mir, ne, da will ich eigentlich auf keinen Fall hin, weil wir machen ja auch viel im Bereich T-Mock und wenig im Bereich des Aktuellen, damit wir eigentlich leichter durchkommen und mehr Leute mitnehmen können. Ja, das ist dann in den Bereichen, wo wir jetzt angekommen sind, so die aktuellsten, ältesten Raids in Nialotha und ewiger Palast bei einigen Bossen, gerade bei den Endbossen noch sehr tricky, ne. Da musst du auch sauber spielen, also. Das sind immer noch starke, tunte, mythische Endbosse, ne. Und darum lassen wir die häufig auch stehen, weil wir da dann eben keinen Bock mehr drauf haben. Und ja, so, so viel, was da eben passieren kann und was auch so ein bisschen an deiner Hülle nagt, ne. Und wo einige dann eben nicht mehr so krass differenzieren oder ein Auge zudrücken. Und deswegen, ja, mache ich diesen ganzen Bums eigentlich sehr ungern, ne. Man kann dann sicherlich ein dickes Fell entwickeln und sagen, ja komm, du hältst jetzt die Schnauze und dich kicke ich jetzt und lade dafür einen Besseren ein, wenn das nicht läuft. Und genau das will ich aber eben nicht. Wer das macht, soll das machen. Ja, ist sicherlich für den Erfolg der Gruppe ganz okay und motiviert vielleicht den einen oder anderen auch noch mehr zu geben. Aber, ja, ich glaube so ein bisschen an das generelle Mindset, ne. Dass Leute dann auch solchen Gruppen joinen, wenn ich vorher sage, es muss ein bisschen was gebracht werden, die müssen ein bisschen Gier mitbringen, ja. Aber funktioniert selten. Hatten wir ja auch probiert, als wir in Source, in Endpost, von Dialotha mythisch angegangen sind, ja. Da hatten wir das auch, da habe ich gesagt, Leute, wir müssen da sauber spielen, ja. Wer heute einen schlechten Tag hat, wer heute Lacks hat oder wer von sich selber sagt, ich bin jetzt nicht so der super Movement-Spieler, dann wartet lieber. Dann meldet euch heute nicht an, guckt euch das an und beim nächsten Mal machen wir das in Ruhe. Ja, und ich habe dann auch wie immer gesagt, ich werde keinen kicken. Entweder wir schaffen das in der Gruppe und das geht, ja, das ist theoretisch möglich oder wir brechen halt ab. Ja, die musste abbrechen, weil Leute auch beim fünften Try die einfachste Mechanik nicht hinbekommen haben, so. Weil was machst du dann in der Situation, ja. Kickst du jetzt den einen, der sich aus Gründenmaß durch selbst überschätzt hat, so auch zum Wohle der Gruppe, und was machst du aber, wenn das auch jemand ist, der seit zwölf Jahren supportet und am Start ist und ein total netter Typ ist, ja. So, da kann ich das dann irgendwie auch nicht bringen, ja. Weil die Community auch anders geformt ist, sag ich mal. Wir sind ja keine total krasse, leistungsorientierte Community. Klar haben wir auch krasse Ficker, klar haben wir Mythisch-Raider, klar haben wir Leute, die plus 25 laufen und so ein Shit, ne. Das meinte ich ja mit Bund, Gemisch, Pro und Contra, dies, das. Aber rein repräsentativ ist das ja was anderes. Und da finde ich es dann schwierig, irgendwie so eine Entscheidung völlig übers Knie zu brechen und auf einmal zu sagen, ey Leute, von heute auf morgen, so nach sechs Jahren, wenn ihr jetzt keine Leistung bringt, fliegt ihr halt knallhart raus, ne. Haltet die Schnauze und nervt nicht. Werdet halt besser, weißt du. Ich hab da eine Lösung, sammel mehr Equip, spiel halt besser. Das will ich eben auch nicht. Und deswegen haben wir uns eigentlich so angewöhnt zu sagen, Leute, wenn das nicht läuft, wenn das nicht entspannt genug ist, na ja, dann machen wir was anderes. Weil wir haben noch zehn andere Sachen. Und dann freuen sich Leute auch, wenn wir zum gefühlt hundertsten Mal irgendwelche Rare-Mounts in der Bastion beschwören oder Rare-Mops, die die droppen können, ja. Und da sind die Augen bei einigen immer noch genauso groß wie vor einigen Tagen. Ja, vor einigen Tagen, Mann. Vor einem Jahr oder so. Die Zeit, sie rennt wieder, also. Ja, wild, Freunde. Sehr, sehr wild. Wie sieht es denn mit den Drop-Raten aus? Ey, das sieht aber wirklich gut aus, ne. Jetzt hab ich's gesagt, jetzt droppt einfach nie wieder was, Mann. Jetzt droppt einfach nie wieder was. Ach, du Scheiße. Naja, ich bin zum Glück ein bisschen dran gewöhnt. Ich bin so ein bisschen abgehärtet, ne. Und ich glaube, ich hab aufgrund meiner Themengrätschen heute auch so ein, zwei, drei angeteaserte Themen direkt unterschlagen. Oder? Weil ich sofort wieder gewechselt bin. Naja, vielleicht hör ich mir einfach diese Folge selber mal an und notiere mir, welche Themen jetzt unter den Teppich getreten wurden und die greife ich dann random in der nächsten Folge wieder auf. Und das ist dann so ein endloser Kreislauf. Ist dann wie so ein, wie so ein hidden Cliffhanger. Ja, ihr denkt euch, hä? Wann kommt der endlich zu dem Thema, das er eben angeschnitten hat? Wird mich mega interessieren. Ja, in der nächsten Folge von Walking Dead. Vielleicht auch Walking Mom. Wir werden sehen, ne. Wir machen das so, wie wir lustig sind. Holy hell. Und dann würde ich sagen, diese Fledermaus ist die letzte für diese Folge. Und dann brauchen wir tatsächlich nur noch zweimal Spinnensekret, einmal Fledermausflügel. Und die große Frage wird sein, kriege ich Level 44 vom Grinden dieser Mobs oder von der Questabgabe, Leute? Noch könnt ihr eure Wetten abgeben, aber ich bin mir selber nicht sicher, auf was ich setzen würde. Ey, ich habe absolut keine Ahnung. Aber da müssen wir durch. Ich glaube, die Zeitwanderungsgeschichten habe ich nur angekratzt. Jetzt habe ich wieder meine Hirnhälften so gesplittet. Die eine konzentriert sich darauf, dass ich jetzt nicht völlig verkacke und sterbe. Die arbeitet einfach so, lebe, 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 lebe. Die ganze Zeit ab und zu gekickt der Hunger dann mittendrin. So, lebe, lebe, Leberkäse, lebe, lebe, lebe. Ja, man kennt's. Und die andere ist so, boah, was hast du gesagt? So, die spult gerade den Part komplett zurück, ja. Und merkt dabei, dass es auch nicht ganz so gut funktioniert, ey. Das war auch immer schlimm, ey, bei Vorträgen in der Schule. Wenn man sich dachte, fuck, hatte ich diesen Punkt jetzt überlesen oder wollte ich den gleich im nächsten Segment erst erwähnen? Und da bin ich dann auch gerne zwischen den Punkten hin und her gesprungen auf meinem Zettel, weil ich dachte, der passt gerade gut. Ja, aber dann hast du eventuell die Gefahr gehabt, dass du jetzt nicht mehr weißt, weil du aus der Reihenfolge rausgesprungen bist, welchen habe ich vergessen oder so. Also, holy shit, Leute, ich vergesse mich selber. Wir sollten in der nächsten Folge nicht die letzten Zutaten droppen und würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Bleibt gesund, macht es gut und tschau's. Bis dahin. Bis dahin.